Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder bei einer Runde Flix. Eine Frage und die heutige Frage kommt von Janis Sommer. Und dieser fragte, wie viele Abonnenten hast du im Moment? Beziehungsweise warum hast du es so eingestellt, dass man es nicht sieht? Zumindest sehe ich das nicht. Das liegt daran, dass ich es ausgestellt habe, weil mich so eine Zahl nicht interessiert. Ich kann aber für dich gerne nachgucken. Ich habe derzeit 57 Abonnenten. In letzter Zeit hat es immer so zwischen 50 und 55 geschwankt. Und nach dem Stream dann zwischen 55 und 57. Aber wie gesagt, ich habe es ausgestellt, weil mich so eine Zahl nicht interessiert. Was mir wichtig sind, sind konstruktive Kommentare und vielleicht dann noch Reviews. Aber was bringt mir eine Abonnentenzahl, wenn ich so wie ich es jetzt habe, mich freuen kann, wenn ich mal 10 Aufrufe habe. Also von mir aus kann man diese Funktion abschaffen. Das ist nichts, was ich jetzt unbedingt haben muss. Das ist eigentlich nur gut, damit man den, der immer in der Abo-Box hat, den man abonniert hat. Aber ansonsten ist es nicht zu, wie ich mich definieren würde oder ähnliches. Von daher habe ich es ausgestellt. Ich hoffe, ich habe deine Frage soweit, wie du es wolltest, beantwortet. Ihr könnt gerne noch weitere Fragen stellen in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich bedanken dafür, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euch noch wunderschöne Tage. Ciao.